Es steht sogar aus, wieviel Meter man den erschossen hat. Ich würd sagen, wir gehen erstmal ganz durch den Wald. Alter, aber wenn da der Sniper ist, ne? Oder ist das da wo? Wenn der Sniper wäre, wäre ich jetzt wahrscheinlich tot. Na, ich würd sagen, wir müssen immer hier die linke Strecke im Auge behalten. Es sind nicht alle so nett und laufen mit Flashlight rum. Ja, ich befürchte, dass der da oben stand. Also laufen wir jetzt quasi ins Feuer, Wayne. Überleben's schon. Was befürchtest du? Dass wir gleich abgeschossen worden. Wo bist du, Hilf-Center-Manager? Warum lauf ich überhaupt vorher mit meiner Axt, ey? Keine Ahnung. Okay. Er dreht einmal, er dreht einmal. Wow, die Axt macht mir auch solche Teile, ne? War das vielleicht gar nicht eben der Typ, der uns angeschossen hat, weil... Ja. Auf jeden Fall auch so eine Rauchwolke. Aber du hast auf jeden Fall ne Flashlight gesehen. Ja. Und auch so ne kleine Rauchwolke aus dem Tower. Okay, jetzt hab ich ein bisschen Angst. Soll ich mal die Leiter hochklettern? Oh Gott, ey. Ich glaube mal, ob der noch da oben ist. Ich glaube nicht, dass der noch da oben ist. Ich glaube nicht, dass der noch da oben ist. Okay, dann wird er... Kannst du den Zombie wegwachsen? Das ist zu laut, wir müssen ihn weglaufen lassen. Warte einfach, dass du Null Auge, Null Ohrst und dann weg mit ihm. Kann auch schon sein, dass er schon wieder links in die Zunge... Angelaufen ist. Aber er kann nicht vorne rumgelaufen sein, wenn überhaupt dann über die Leiter rechts. Weil hier kommt dann Zombie runter. Dann geh mal vorher, Uzi, Mann. Wenn er nicht auf dich schießt, dann sprinte ich auf ihn los und axte ihn tot. Ich hör schon wieder fliegen. Ich auch. Kommt da nicht so doll Blut runter? Was sagt niemand? Nö. Okay, er liegt mehr als vorher. Ich muss schon mit Kanzadin und ich nehme mir mal eine Bandage, ne? So, und noch müssen wir eine? Du weißt schon was. Ich habe doch Situia, wo ist die Leiche. Ich klein mal runter, ne? Die Leiter. Ja. Ja. Wer oben auf dem Dach ist auch. Alter, stimmt. Das hätte auch noch sein können. Wo ist die verdammte Leiche? Wo ist die verdammte Leiche? So, da hinten ist der Leiche. Ist echt? Der hat noch eine Bandage auf den Kilo. Der hat noch eine Bandage auf den Kilo. Da hinten ist die Leiche. Das ist nichts, ich habe gehört. Ja, da hinten ist die Leiche, die da hinten sind. Okay, ich bin da hinten. Ja, ich weiß. Ja. Außerdi. Get 두. Die Leiche im Avent. Das ist doch der Leiche. Du solltest vielleicht vor allem die Ecke gucken, bevor du da rein rennst. Weil ich gerade hier mal rumgerannt ist. Weil da nicht eben noch so ein Debug-Screen? Der ist bei mir noch. Bei mir nicht. Ja, aber jetzt? Ich will den Typ eigentlich ficken. Ja, was will ich jetzt machen? Ah, die haben wir nicht geguckt, oder? Vielleicht hockt er hier drin und guckt, ich habe hier so einen kranker. Ja, ich würde sagen... Oh ja, ist nix. Auf nach Cerno. Ich weiß nicht, dass ich gleich wieder angeschossen werde, wenn ich hier lang kriege. Ja, ich würde einfach nach Cerno spüren. Oh ja, will ich schon sicher sein. Ich glaube, der Zombie sieht uns nicht. Der in die Kopf. Ich finde irgendwie... Ich muss irgendwie immer gleich an Spieler denken, wenn ich so kriechende Zombies sehe. Ja, wo bist du bei mir? Wo bist du denn überhaupt? Ich bin gerade ausgerannt zu diesen Kobolden da wieder. Ja, ich bin auf diesem großen Feld hier. So groß? Nein, warum? Oh, Sven. Ja, ich habe gedacht, wir machen noch einen Abstecher zu den Medical Zelten da. Das sind keine Medical Zelten, da ist nie was drin. Mach dir keine Hoffnung. Letztes Mal habe ich deine Waffe drin gefunden. Niemals. Ja, okay, rennen. Ich habe da noch nie was zum gefunden. Stehen aber nur so 80.000 Waffen an so einem Ständer und was ist? Kannst du nicht nehmen. Gönnt euch, ey. Da ist ein Spieler mit einer fetten Waffe. Wo bist du? Da bist du. Okay. Wo? Alter, Yannick, renn mich! Ich liege doch. Was willst du? Der ist von mir aus gesehen hinter dem LKW in den Teilen drin. Ich weiß nicht, ob er uns auch gesehen hat. Wollen wir ihm sagen, dass wir friendly sind? Ja, versuch du mal mit ihm zu reden. Wenn ich freie Schussbahn habe, dann baller ich den Knecht weg. Was, was soll ich denn sagen? Irgendwas. Ich frag ihn, ob er auch friendly ist. Das ist, ich weiß nicht. Ich schieß doch nicht. Was soll ich denn sagen? Oh, das ist nicht so? Nicht so, ich gehe. Ich bin aber auch schon. Oh, ich bin aber in die Welt. Das ist wirklich so, ich gebe dir. Ich meine, liebe ich liebe von dem LKW. Oh, wir müssen uns das. Ich weiß nicht, ob man ihm vertrauen kann. Ich sehe ihn nicht mehr. Da ist er! Er ist drin! Links in den Held! Er kommt jetzt da rum! Links! Da ist er! Okay, Timo. Dein Moment. Bitte töte ihn einfach. Bitte töte ihn einfach. Alter, du schießt alles daneben. Nein, ich hab ihn getroffen. Ich renne jetzt rum und fick ihn. Let's do this! Okay, er blutet jedenfalls mal. Okay, da bist du. Der liegt irgendwo tot rum, der schreit. Kannst du grad hinter mir her? Ja. Alter! Sag das! Wo ist er? Alter! Boah! Da hinten ist er! Oder? Wo? Der muss hier rüber gelaufen sein. Die Zombies ficken sich hier ein. Oder wo ist der Arnie? Also ich hab ihn eigentlich die ganze Zeit... also hart getroffen. Ich kann mich jetzt darauf an, wie gut mein Ping war. Weil ich hab jetzt eigentlich die ganze Zeit drauf gehalten. Ich lass mal alle Zelte... Zelle... alle Zelte durchgehen. Oh! Oh! Hast du gehört? Alter! Ich nehm an, das war's nicht du? Nein, das war ich nicht. Hast du den Typ gehört? Ja, natürlich Ich bin hier oben auf diesem Einfachposten und das hat sich so angehört Als wenn er irgendwie unter mir liegt Oder in dem Zelt nebenan Wo bist du denn gerade? Ich glaube, ich bin kranker Wie so ein kranker rum mit einem Arzt in der Hand Liegt der irgendwie unter mir oder sowas? Ich weiß gar nicht, wo du bist Ich bin hier oben drauf In der Ecke, wo du gerade mitgegelaufen bist Warte mal, der könnte hier rüber gegangen sein Also mal reingehauen Don't know where he is Okay, das Keine Ahnung Scheiße Höö, ist was? Komm mal Der liegt irgendwo tot rum Das ist schon mal nice Wir hätten seinen Namen sehen sollen Ich glaube, es war Ryan König mal